Es ging nicht mehr. Ja, wir sind immer noch im Livestream. Das ist noch ein Auszug. Ich habe meinen Pulver verschossen. Ja. So, ich zoome einfach mal ran. Ja, keiner lacht, weil... Ach, egal. Komm, wir gehen auf der Lane. Komm, hier hilft ja. Ich word mal hier oben. Hallo? Hi, hallo. Ach so, ja, so ruhig. Ja, hallo. Hallo, Lieben. Mal eine ungewöhnliche Begrüßung. Eko. Hey, Alter. Gib mir die Kills, du Sack. Aber die machen wir weg. Ich habe ihn noch gar nicht gekriegt. Doch. Oh nein, der Minin ist zu weit hier hingelaufen. Das ist doof. Ah, er ist in der Farm. Sieht's bei euch so aus. Ähm. Gut, die gehen... Die kriegen kein Auto-Hit. Ah, dann... Dann dort zum Schluss setzen, wenn er weiter... Dann mit einmal weiter sprengt. So, genau. Sehr schön. Der hat es noch sehr low. Aber den levelst du halt zuerst auf und dann war's das. Ja. Sowieso, immer. Oh, der hat gezählt. Und... Zack. Zack. Sehr schön Blitz. Okay. Ich habe einen Blendschuss. Oh, ich habe hier eine Motte unten drin. So, oh, nicht mehr. Die habe ich gekriegt mit einer Hand. Ach, ich bin ja unsichtbar. Ich bin ja unsichtbar. Das ist aber scheiße, was ich gerade mache. Das ist gerade ganz scheiße, was ich mache. Jetzt darfst du dich nicht bewegen. Ähm, ich flash mal. Nein. So, ich wollte nochmal Schaden machen. Habe ich gekriegt. Easy. Sollen wir selbst schon die... Oh, oh, oh. Schick dein Minion vor. Oh, nein, kann... Wenn man den kontrollieren... Ah, 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 ah. Ja. Kack, noob, kack, noob. Alter, wir pushen jetzt schon wieder so an die Wand hier. Vor allem mit Level 3, wenn du dein Ding auflevelst. Der ist so brutal dann. So. Jetzt laufe ich schon mal schneller. Das ist super. Weg da. Da kriegt der Gift. Da kriegt der Damage. Da kriegt der Damage. Und... Nein, das machst du. So, ich kann gleich warden hier. Das ist mir... Erwin, haben wir nochmal als Gegner im Jungle. Rammus. Eiei, oh, ja, das wird... Da brauchen wir Flashes. Flash mich, Baby. Abkommen, Ari hat unten gewordet. Also... Den unteren Busch? Mhm. Ja. Oh, der falsche. Idiot. Idiot, da. Grab mal. Jetzt, grab mal, grab mal, komm. Gift. Oh, lol. Dein Minion. Ja. Toll. Super. Das ist... Man müsste den noch kontrollieren können. Ja. Grab mal, komm, grab mal, grab mal. Sehr schön. Oh, oh, der hat zum Fall getroffen. Danke. Aha. Ich wollte, dass der Große noch stirbt. Na, hat nicht mehr gezielt. Jetzt hat Blitze in Dot. Sehr schön. Genau so müssen wir spielen die ganze Zeit. Aber macht halt noch nicht. Die 70 Damage hat er gemacht. Komm mal, so ein Humana-Problem hast. Ja. Wenn du Level 3 bist... Ach, bist du? Hast du einmal alles gelevelt, oder? Ja. Er hat nicht und bereit. Äh, der heißt Zimmerfoto, das sehe ich ja jetzt erst. Ne, Folo, oder nicht? Zimmerfolo? Moment. Mein Echo fehlt oben. Ich habe ihn zu Dauer gemacht. Er ist Bank-Up-Dorget. Oh, Geil, geil, geil. Oh. Aber ich muss mir gleich dringend malert. Ah, mit Level 6 für Sovi-Mind. All in. All in. Und? Auf Eschi. Hä? Ach, schade. Ne, war zu weit. Jetzt muss ich mal gucken, meine nächsten Items. Ich gehe mal voll auf Damage und hole ich mir erst mal tatsächlich Nasch aufs Zahn, weil Damage. Brauche ich noch ein bisschen 100 Gold. Äh, 200. 200 Gold, gute circa. Oh, Leute, ich kriege einen Last-Sitz-Aid, nur zu gut, ähmlich. Ich bin ein Gummibär. Ah, ich tue nichts mehr. Doch, hier. 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 Ah, unnötig. Nein. 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 Oh, lol. Nein. Doch. Ficken. Jetzt habe ich das Geld für Nasch aufs Zahn. Danke. Äh, für Stachel. Nicht Nasch. Nein, ich Nasch aufs Zahn jetzt schon, wenn die tot. Sehr schön. Hör's gut, guck mal. Ein, zwei, eins. Ja, die haben das Beste, was wir mal rausholen konnten. Alter, für den Gank noch einen Kill gekriegt. Das ist vor allem gegen Rammus. Der hat ja mich gespottet. Die haben ja alles. Die haben einen Grab-Sport-Slow. Ja, aber Dings hat auch noch Flash. Hat auch noch rausgehauen. Ja, und der Dot. Ja, guck mal, der macht. Nein, der macht, der langsam. Der zieht, der zieht, ey. Wie ist so Echo? Geht es? Ja, es geht. Äh, wie ist Ari, so vom Level? Ari hat kein Flash mehr. Nee, ich meine, spielt die gut vom Level. Also ist die so, wo du sagst, jo, möse. Geht. Geht, okay, alles klar. Jetzt muss ich aber weg. Nee, mach du, ich, äh, ich warte einfach im Busch. Ich konnte immer mit in den Jungle. Du bist unsichtbar. Ich mach dem Jungle-Minion hier, wenn er noch. Oh, er ist schon weg, scheiße. Ja, Blitzkrank geworden. Ist okay. Ja, ja, komm, pull mich. Grab da rüber. Ah, doch nicht. Er ist ein Gummibär. Er ist ein Gummibär. Ari ist weg. Du wenigstens die EP mitnehmen? Oh, jetzt bist du... Ja, ja. Naja, okay. Ich kann nicht... Also, pass auf, Ari hat ein Rolltick. Ich hab geübt zu dodgen, ja? Während du auf K warst. Achso. Ich mach dem E-Mil. Ja, mach ich auf K. Äh, äh, wohin? Irgendwann da so. Äh. So, ja, stimmt. In dem Eingang. Äh. Alter, ist gut. Du brauchst Aufmerksamkeit. Wir wissen, dass du Aufmerksamkeit brauchst. Es ist okay. Achtung, Ari, fett. Okay. Brauchst du Blue hier gucken, was er schreibt? Unser... Oh, sehr schön. Da wär ich jetzt nicht drauf gekommen, dass der da greppen möchte. Achtung. Warten wir uns. Warten wir uns. Oh nein, der muss sterben. Der muss sterben. Ja. Oh Mann. Scheiße, ich bin zu durchzumassen. Ich hab Ulti. Oh, aber... Ja, nee. Erst wenn die ein bisschen lower sind. Wir müssen die noch ein bisschen... Vor allem, die haben auch Ulti. Alles, weil die das ist... Wird gefährlich. Noch ein bisschen dotten. Kannst du schön setzen. Genau, dann machen wir es mal weg hier. Oh, da hinten. Ah, siehst du? Genau so, ein bisschen damagen hier. Ja, ja, dankeschön. Achtung. Noch ein? Noch ein Schuss? Und noch ein Schuss? Und noch ein Schuss? Ari fehlt. So, genau so. Und jetzt nachher, wenn er kommt, dann... Hallo, Ari fehlt. Ja, ist okay, ist okay. Wir gehen schon zurück. Ah, wir brauchen ein Wort da oben. Hast du? Ähm... Ja. Ah, sehr schön. Ich komme mal mit. Ja, was denn? Sehr schön. Na, wenn er mir so da oben am Busch, dann sieht man möglichst normal... Ja, aber... Ah, Minimil... Fuck! Ah, leg's mal. Dann auch den Dot weitersetzen, so. Ach, kleine billige Bitch. Ich habe Pilze. So, dass er es nicht sieht. Da, ein. Ja, noch kann er die überhaupt nicht weit werfen. Was ist das denn? Alter, Gang-mäßig wären hier oben schon zwei Free-Kills gewesen. Ja, dann schreib ihm doch, weil du machst nicht im TS. Schreib ihm doch, ist doch okay. Auch wenn er... Er guckt ja den Stream, aber es ist ja verzögert. Schreibt ihm doch. Einfach nur sagen. Oder pullen. Mittelt um Hilfe. Hier, 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 Eschi. Ramos, Ramos. Nein! Nein! Ich bin verspottet, ich bin verspottet. Nein, das glaube ich nicht. Geh durch den Pilz! Das glaube ich nicht, Alter, Solo. Ja! Ja, dort. Ich habe noch dort drauf gemacht. Sehr schön. Und jetzt Eschi durch den Pilz. Oh! Hast du das gesehen? Oh! So ein Millimeter. Na, war gut. Aber, du, wir brauchen halt wirklich erstmal ein paar Levels. Und Ramos ist halt nervig. Jetzt habe ich auch die ersten Schuhe, muss ich mal sagen. Echo, Echo. Ne, das war mies vorbereitet. Vor allem, ich glaube, der hat gewordet, ne? Ja, um, einer. Ja, war ein Versuch. Einmal mal zurückgedrängt, so kriegst du ein paar Minions mehr. Das muss wehtun. Das muss wehtun. Ramos war in Mitte. Ja, er sieht dich da oben, ja, ja. Waldemar, 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 bitte, Waldemar. Geh doch. Ah, hättest du doch einfach gelassen. Ah, du, pass auf ihn, pass auf ihn, pass auf ihn auf. Einmal weg, einfach weg, einfach weg. Achtung, Ramos fehlt. Wort mit. Ich bin ein Gummibär. Ich krieg den Zongani aus dem Kopf, ey. Ich hab beide Kills, die wir haben. Ohne so ein Team. Das ist traurig. So gut. So. Boah, jetzt geht er, jetzt geht er steil. Sorry, das hat mich gerade extrem befriedigt. Hat man gehört. Da dachte er, er wär der Babbo, weißt du? Ist er nicht. Vorsicht, unten könnte Ashy drinstehen. Ja, aber nicht schlimm. Ich hab Ulti-Ready. Boah. Ich hab Heal-Ready zur Not. Was? Was ist das? Minion-Blocker-Lauf. Oh, da oben, oh, Ashy, guck den. Alter, dein Damage an dem Ding. Schade, wäre ein bisschen näher stehen geblieben. Hätten wir jetzt ein Ulti. Oh, mein Tower geht gut, Leute. Nein. Oh, shit. Mann. Ich kann nicht. Lass, 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 lass. Lass. Oh, sie flasht noch. Geil. Schade, 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 schade. Boah. Du. Nächstes Mal machen wir so. Dein Dots, dein Dots, du bist stärker. Du musst die Kills kriegen. Hol dir die Minions oder so. Oder so. Ich bin halt noch. Ich muss auf Naschers zahlen. Ich brauche noch 700 Gold. Weil dann endlich machen wir den Hits doppelt. Der Schrei hat mich voll erschreckt. Entschuldigung. Schrei mal gleich noch mehr. Ich werde die Gegend ausspielen. So. Ähm. Ja. Gegen Aris, so farm, farm. Ja, du. Safe. Und dann, wenn es geht. Ja, Waldemar. Oh, Ramos da. Vorsicht. Ihr Ramos. Wo ist Ramos? Mitte, Mitte. Guck mal da. Attacke hatte. Ja, aber Vorsicht. Geht mal alle hin. Geht mal hin. Komm, wir können den catchen ein bisschen. Ich bin um. Der ist nicht... Ja, einfach nur da sein. Wobei... Oh, du siehst echt nicht gut aus. Du warst schon mal hübscher. Ja, sehr schön, komm. Ah, war okay, wir haben es einfach mal geholt. Ersch, komm, ersch, komm. Ja, ja, weg, 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 weg. Waren wir einfach mal... Nein! Weg, 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 komm, weg, lass es, lass es, lass es, lass es, lass es, lass es, lass es. Ah, das kann ich es hier wahrscheinlich auch noch irgendwo. Da drüben. Ja, hier haben wir die Grappen, komm. Super gemacht, Gritz. Jetzt können wir uns ein bisschen Farm holen. Achtung, äh... Das gibt's nicht, ey, Mann. Schatz, Minions. Oh, Echo, Echo. Wurde grad sagen, dass er weg ist. Ist ja jetzt schon runtergeportet. Oh, fuck. Rammus kommt. Achtung, ähm... Hier, Echo, gib mir einen Buff. Ich hab Rammus den Block gegeben, sorry. So scheiß drauf, den hab ich noch gekriegt, ich wär eh tot. Ah, shit. Oh, jetzt fehlen wir immer noch 200 Gold. Oh, so ein Kack. Wieso kam der Botlin? Hast du was gesagt, Ado? Hm, der war gerade weg, der ist instant runtergeportet. Ach so, okay. Jupp. Soll er. Soll er. Soll er. Soll er. Ey, wenn die jetzt einmal unten pushen und kriegen den Turm, dann fick ich die an. Ey, ich bin viermal gestorben, was soll das denn? Nur ich? Oh Gott, ich fiehle. Oh, jawoll. Er sporte back, das ist gut. Geht doch eine mal einer durch meinen Pilz, der da unten. Oder eine geht sogar schon weg, weil er schon so lange steht. Oh mein Gott. Der Pilz steht da echt schlecht. Das war vorhin, als die Countdown da wollten. Tut mir leid. Das war die Ausrede des Tages gerade. Na, Blitz hast du noch Bock. Bleib doch noch ein bisschen. Achtung, Ari fällt. Und er radiert. Radiert. So, pass mal auf, es gibt die SS hier. Guck mal, da oben, das ist die Mauer. Links, zwei, drei, vier. Meine. So. Oh, die Mauer. Aufstum. Ah. Huch. Oh, oh, weg, 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 weg. Achtung, Blitzcrank war auch in der Mitte. Oh, nee, 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 nee. Oh, ist das. Asamoah. Ja, Pilze. Achtung, Ari fällt auch noch. Hat Ulti wieder ab. Sehr schön. Ja, Blitz. Oh, toll, der macht den. Ari fehlt, das ist gut. Dann geh ich mal, ja. Der hat den genutzt, obwohl sie eh gleich. Oh, jetzt ein Ulti. Ah, nee, nee, Ramos. Oh, ja, da geht was los. Da geht was los. Da geht was los. Da geht was in die Hose. Hey, ganz ehrlich, diese Ulti von Echo geht mir so hart auf den Piss. So. Oh, Kills, sauber. Naja, es ist 8-8, das ist noch, ist noch alles offen. Oh, 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 ah, hier ist, ja, überall worden. Echo hätte null Schnitte gegen mich, ohne seine fucking Ult. Weil, bam, hat er wieder ganz viel Leben. Herzlichen, nur Gott. Der fehlt übrigens. Ramos möchte bestimmt rein, ja, nee, das lassen wir sein. Aber ein Ramos ist so süß aus, ja, ist so verlockend, ne? Ja. Ja. Nee, 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 hier. Lass, lass. Die haben da auch ein Wort hier in dem Bestellung. Ja, hol, weg, weg, weg. Ja, da ist doch, wenn Ashi Fall kommt, sind wir tot. Ja, und wenn eine Arbeitnummer kommt, hab ich's auch schon wieder am Leben. Ah, er hol dir die Minions, mach dein Dot und dann gehst du back. Vor allem, ich hab, Alter, jetzt 1000 Gold im Plus. Ah, was mach ich denn, was mach ich denn? Oh, ich muss den Chat mal übrigens wieder. Ein bisschen herrichten. Ich werde die Minions ausspielen. Das wäre auch geil. Oh, oh, Moment. So, wer ist der gleiche? Wie sind sie denn alle? Ja, wahrscheinlich da oben drin. Ich werde die Minions ausspielen. Näh. Du hast bestimmt so viel gewordet. Und dann kommt ein Grab, wo du sagst, scheiße. Oder Top Player, die sind zum Mitte hin, dass sie durch den Busch... Ach, geh jetzt, ich geh jetzt nicht mehr auf den Top Player. Kein Bock mehr da rum. Kommst du mit Roam? Ich krieg null Hilfe. Das schreibe ich jetzt auch nochmal. Vorsicht. Naja. Bin ja schneller, deswegen. Schnelligkeitsding angemacht und alles gut. Ah, wir brauchen unbedingt... Einfach auch mal Dots auf die anderen setzen. Einfach mal hier. Ja. Naja, Mitte wird gefährlich. Die wollen ihr und Drake machen. Oh, Vorsicht. Ah, wir brauchen kein Tor mehr. Warum muss hier ein Pilz hin? Da. Oder zwei. Ja, ja, Mensch. Ich muss doch erstmal warten, bis ich wieder welche hab. So. Mitte. Oh, Mitte kommt Echo auch noch hin. Weg da. Echo kommt. Weg da, weg da, weg da. Renn weiter runter. 6, 2, 3, 4. Ich komm auch noch hin. Siehste, Eschi... Ah, da war der Fall. Siehste? Renn, 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 renn. Einfach renn. Er wird sich gleich zu Ammon nämlich zurück. Switchen. Renn, Rammus von oben. Vorsicht. Ich stehe hier ganz schlecht. Ulti? Ja, das war ja zu erwarten. Ey, Alter, ihr seht... Naja, gut. Gott sei Dank. Den hab ich jetzt gekillt? Na, Gott sei Dank. Es ist... Nei. Was machst du denn da? Rammus kam auf mich zugerollen. Was soll ich da machen? Ich komm aus dem Busch und er kommt putzen. So. Was muss ich denn? Na, Blitz hat da gewordet. Hier. Ist jetzt da auch ein Gegenwort? Nein, der zerstört dein Wort. Blendschuss trifft nicht, Eschi. Ha, 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 ha. Alter, der wurdet überall, die Jungs. Achtung, ich hab 8 Sekunden 0. Ah, Arthur! Ja, die kommen alle runter. Siehst du, ne? Mhm. Hallo, was machst du da? Wo bist denn du? Lol. I'm drag. Glass gewordet, da oben. Genau. Weck der Aris auch da. Ne, 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 ne. Oh, er macht Ulti ab. Hier ist ein Pink, ne? Komm mal, komm mal, komm mal. Für den Lasted, danke. Du hast gesagt, hier ist ein Pink. Grab mal das Ei. So, Team Dot. Ist halt der Mensch über Zeit, ne? Ja, wir können halt nicht. Schade. Oh, die Flash. Dafür Flash die? Ja, ich muss back, ich hab kein Mana. Oh, mich juckt's. Siehst du, hätte ich mal Clarity mitgenommen. Ja, ich muss eh back, wegen Gold. Ich hab 1000. Oh, 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 oh. Oh, lol. Der spottet mich noch. Einfach weg. Ich farm trotzdem weiter in der Zeit mit meinem Gott. So geil, ey. Echo in unserem Jungle. Was ist da? Was ist da? Alter, Bro. Gib ihn. Oh, nein. Lol. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Geht's wen entgegen, geht's wen entgegen, geht's wen entgegen, geht's wen entgegen. Gib ihn, Lot. Ja. Bitte, bitte. Ja, stimmt. Sehr schön. Eschi, komm, oh. Alter, der stimmt einfach nicht, der Bohrunter. Jetzt, gib ihm noch, gib ihm noch. Mach Attacke. Lol. Du weißt doch, Alter, die... Das ist das Ohne-Scheiß-Bohrunter, was wir üben müssen. Du weißt doch, er kommt dir entgegen und du machst da, wo er dann genau in dem Moment schon steht, wo du dann... Also, vorausschauende Fähigkeiten. Ohne... Das ist kein Flame. Aber das musst du wirklich üben, vorausschauend. Er geht dir doch eh entgegen. Na? Wirklich, weil das war wirklich... Das war wirklich... Den hättest du easy... Er lacht sich kaputt, oder? Nein, wegen dem Pfeil. Ach so. So, hier ist jetzt mal eine Mauer hier. Da kommt auch mir ein Pfeil noch in die Fresse. Ich seh jetzt auch nicht als Flame-Argen von dir, David. Nein, aber... Ja, nur... Ich weiß, ich muss noch einiges haben. Guck, da kommt Ramos, da kommt Ramos. Ja, ja. Ash hat keine Ult mehr. Ari hat noch Ult, aber kann dort dann kommen. Das läuft. Den Blue-Waff nehm ich jetzt am... Na, der wartet auf sein Ranrollen und dann kommt er wieder weg, weg. Ja, Ari kommt. Das wird sonst Fisting-Time. Ramos kommt nämlich reingejumpt. Naja, guck mal, wie die chasen, wie Sau. Los, weg hier. So. Die machen Drake. Ja. So, komm ruhig durch hier. Blützt kein Gold in sich eh, damit er weg ist. Doch nicht. Hä? Warte mal hier. Hier, nimm, nimm. Mach doch. Ich werde die Gegend rausgehen. Ich werde die Gegend rausgehen. Ich muss ja... Mensch. Nehmen doch einfach. Du bist doch Tank, wir schützen dich. So, ich geh mal hinten rum. Sein Ulti ist eh... Ja, gleich am Turm. Alles gut. Wir müssen auf die Botlane hin. Die pushen ja hart, ey. So, jetzt sein Ulti ist jetzt hinten am Turm. Achtet auf sein Ulti, ne? Nicht vergessen. So, schneller laufen. Jetzt sein Ulti. Ich bleib hinten. Geh mal einer ran. Ah, der möchte sich töten. Naja, ich glaube, der macht gleich Ulti und... Geh unten. Brent ist hinter ihm. Oh, und jetzt ein Hit. Mach einen Dot. Ich bin auch hinter ihm. Mach einen Dot. Sehr schön. Genau. Sieh, es gab einen Kill und... Ja, genau. Krieg ich dafür keinen Assist mehr, ey. Aber ich... Eine Klötze, ey. Easy. Endlich kann ich meine Pilze weiterschmeißen, ey. Oh! Okay, damit war nicht zu rechnen. Ich geh immer in den Busch gucken, dass es mir ein Blitzkrieg ist. Ja, aber nicht in dem Busch steht eigentlich nie ein. Immer. Egal, wenn ich langgehe, geh ich immer durch den Busch. Und jetzt. Ja, und wär ich reingegangen, wäre er mich trotzdem... Kombo! Lol. Mein Dot. So, jetzt bin ich mal back. Äh... Ah, ne, ich will... Tu mir, glaube ich, Zonjas. Sicherer. Warum muss mein Dot jetzt gerade will Redbuff töten? Ich wollte doch mal nur asozial sein. Ah, zwei... Asozial? Ich wollte sozial sein. Ich wollte asozial sein und dann passiert sowas. Ich brauch noch ein bisschen Gold. Dann nimm doch unten die Wave. Ja, 100... Ja, wenn ich dann tot bin auf einmal. Geh, entgebe ich gut. Vorsicht rechts, Echo. Schnell! Oh, lol. Dot, 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 dot. Alles sorry, Dots. Ich werde die Gegend ausschließen. Unsichtbar werden? Unsichtbar werden? He, he. Blackboard. Oha. Oh, shit. Shut. Pilz! Ne, lass... Lass, 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 die sind alle vier da. So. Leandris Quar holen wir dann mal noch. Das heißt, auf meinem Dot gibt's noch einen Dot. Falls ein Dot ist. Top-Lane ist der Teleportal. Okay, das heißt, der ist oben. Oh, ja. Schönes Ding! Oh, 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 oh. Dot, 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 dot. Stipp, stipp. Nein, die stippt nicht. Doch. Ich glaub das nicht. Oh. Und mach den Raben. Mach deinen Raben. Baby, Baby, mach deinen Raben. Mach deinen... Ja. Sei unsterblich. Mach deinen... Jetzt, jetzt, jetzt. Hol sie. Nimm sie. Jetzt, jetzt, ihr werdet... Ah, ja, jetzt, jetzt, jetzt. Fairtrade. Das ist, das ist... Der Echo ist weg oben. Der kommt runter. Ne, der ist auch nicht. Ne, der ist oben. Teleport hat er gerade gemacht. Der braucht drei Minuten, aber vier Minuten, wir müssen es. Warte, scheiße. Der letzte Minion muss mich vor Backport abhalten. Oh, da steht der Ramos. Guck mal. Das ist doch noch ein Tower. Erstatte Meldung. Ah, ne, ich bin... Ich bin ein Tower. Ich komm, ich komm. Ich komm mit, Baby. Hm, 700 Damage gemacht an den Waffen. Äh, Echo fehlt jetzt so. 28k hab ich jetzt. Gold. 28k. Oh. Komm, schnell, den Tower. Ja, ja. Achtung, Ari, Smith. Na ja, Tower-Hunter. Ah, warte. Äh, immer Ward stellen. Ich hab Tele-Wall-Ding. Den Gold mal hin und drauf. Hm. Blitz kommt, Blitz kommt, Blitz kommt, Blitz kommt. Der will mich. Das muss wehtun. Oder dich. Oh, Echo auch noch. Ja, Swimilu wäre natürlich zehnmal besser. Mitte. Hm, Mitte, 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 Mitte. Ja, unten sind auch drei, ne? Ja, erstmal gucken. Amos checkt die Wards aus. Na, der geht weg. Ari kommt. Na, immer schön im Auge drauf behalten, wo die sind. So, ne... Oh, Echo, 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 hier, 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 hier. Knapp daneben. So, weg, da, weg, da. Das Blitz, Alter. Das sind immer schön hinter Minions. Oh, weg, 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 da, gripp. Und, push der Ash durch. Nein, 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 der möchte mich grabben, der möchte mich grabben, der möchte... Weg, 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 weg. Warte mal, der grippt. Das ist sichtbar, ne? Sichtbar. Ich muss einmal toplanen, sonst fällt der Tower durch Minions. Hm, ist okay, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich hab Blitz hier unten. Ja, 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 ich komm schon, der nimmt... Weg, da, weg, nicht, weg, nicht, du bist in Range. Ja, und? Mach dem Damage, Junge. Guck dir das an. Und dann ist meine Pilze. Lauf durch den Pilz. Hä, wieso ist da einer so knapp am Rand? Was ist das denn? Den hast du schlecht gesetzt einfach. Nein. So ist man auch nicht. Generell nicht. Nein. Geht halt. Achtung, Eko ist immer noch hier. Ari ist auch weg. Was ist da? Ja, ja. Hallo. Eko? Eko, der Dolphin. Was ist das denn für ein Waldemar? Was ist das für ein Wort? Genau hier an der Ecke, wo ich jetzt stehe, da muss der Wort sein. Man sieht nämlich rundum. An der Ecke sehen wir ja nichts. Da sehen wir nur unsere Ecke von. So, ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Warte mal, da hinten. Der Komplizkrank nimmt nämlich in die Ecke. Na, da unten ist Gebäude. Da gehe ich jetzt nicht rein. Da unten rechts. Kannst du knicken. Oh, wir sind am Break. Warte mal. Ich habe hier oben alle. Oh, Waldemar geht rein. Waldemar geht richtig hamburgern. Eko kommt runter. Eko kommt. Eko kommt. Und schnell. Eko. So. Ich komme entgegen. Ja, dort. Ah. Ari. Ja, ich habe Zonen erst noch nicht fertig, halt. Nö. Da hast du Blitz jetzt. Blitz. Na, Blitz, Vorsicht. Blitz kommt von rechts. Jetzt wollte ich meinen. Der möchte wahrscheinlich einen rübergrappen. Schau mal die Minions. Wobei, ach ne, die sind im Turm. Die sind eh bis dahin. Daumen. Hör mal ein Pilzlust werden. Ach. Das will nicht damage. Ich kann Hurricanes holen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ähm, manamana, 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 manamana. Dann hole ich mir nachher definitiv, äh, Hybrid-Items wie, äh, ich komme nicht drauf. Die Klingel hier. Ah, du, lass weggehen. Ja. Ich komme auf den Namen. Ja, Ramos kommt angerollert. Hext, Hextech-Gam-Lead, genau. Die gehen in unser Jungle da unten? Oder auch nicht. Ari hat jetzt. Ari hat jetzt, lass. Nee, ich hab jetzt gedacht, die hat Ulti wieder ready. Aber hat sie noch auf Cooldown. Na, die wissen, dass ich da bin, ne? Ja, ja, ja. Äh. Ja, einmal Damage machen. Hallo? Mhm. Haha, der Turm lebt. Oh, der Freie! Oh, geil. Ich werde die Gegend ausspielen. Ah, der ist schön. Vorsicht, Ash kommt vom Wasser aus. Erstatte Meldung. Ah. Woll, warte mal. Oh, 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 oh. Wollte mal. Oh, nee, 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 nee. Voll dotten, voll dotten in Echo. Echt? Jawoll! Hallo, wir haben Dotsen. Das neu. Ey, und meine. Jetzt müssen wir alle mal einen Dotter auf einen drauf machen, ey. Dann kriegt der Damage-Lackel. Ja, ja, nein, nein, nein. Schafft er, nee, nee, nee. Das wär, das wär wirklich so, ey. Ich muss... Nee, lass mal. Jetzt muss man wieder da voll leben. Bäh. Du, mep. Links, zwei, drei, vier. Lass den nicht grabben. Ah, der ist ja tot, ne? Nee, nee, der lebt ja noch, aber... Wieso wirft er nicht über die Mauer? Jetzt wirft er endlich. Ähm, Bro. Ja. Du bist Rant. Nicht Sion. Ähm... Haben wir Komplex. Irgendwer muss Botlane. Ja, die Botlane wahrscheinlich. Ja, ja, ich geh durch. Unsere Minions kommen. Oh, mein Gift. Oh, lol. Der letzte Gift. Wobei das gut ist, ja, Tower-Deft. Der Tower-Deft. Ah, André. Tower kriegt null Damage. Das hab ich grad gemerkt. Vorsicht, Ramos von der Seite. Ho, ho, ho. Ja, verrecken. Verrecken. Links, zwei, drei, vier. Pilz. Sag noch einmal, ne Pilze sind schlecht gelegt, du. Da, Ashy. Oh, Ulti. Dort drauf, dort drauf. Er ist drauf. Pilz. Und hinterher, der ist aber gleich verlangsamt. Ah, wir auch. Ja. Ja, Mo. Dort, dort, dort. Dort ist drauf, dort ist drauf. Na? Reicht aber leider nicht, weil sein schwule Schild. Ja, als hätte man das nicht dodgen können. Weißt du, das ist so easy zu sehen, wann die das machen wollen. Habe ich selbst bot, ey. Pass auf. Ja, ja, die wollen nur wieder grabben und ein Kombo und dann... Hören sie auch. Ha! Echo hat den, dort. Ja, oh. Nein! Hit, ein Hit. Sehr schön. Echo hat Sonja, es bleibt schön und jetzt macht alles in dem Moment. Oh. Ja, ja, der stirbt noch, der stirbt noch. Dort, Ado, Ado, dort. Ja! Leo. Hast du, hast du, hast du. Hast du. Hast du. So, jetzt hab ich Runens. Jetzt hab ich Runens. Runens Hurricane, wer hat einfach nur wie viel Kills. Nur Ashy 12 und dann Echo. Sonst die anderen gar nicht. Lola muss nur einen, sonst... Ari hat 0. Let's 0. Ja, 0. Ari? 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 Ari, fahr den Bus vor, Alter. Aber krieg Fahr den Bus vor. Ah, fahr den Wagen vor, heißt das. Oder so. Ach, weiß ich. Ist mir doch egal. Wir brauchen einen Bus, wir sind von krass. Ja. Flash. Angst, Flash. Komm. Nein, ich sterbe ihn, Mann. Ich sterbe ihn, Mann. Achso, Ward. Ich geh mal Toplane. Ward Items. Ward Items. Aber du, wir haben mehr Kills. Es hält sich die Waage. Wir müssen bloß wirklich sau vorsichtig sein. Aber Waldemar, wie gesagt, immer nur safe. Und den Ulti, also nicht für einnehmen, sondern wirklich, ne, wenn's passt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ganz viele hab, mach ich einfach mal in W und R. Ist gut, Ramos, ist gut. Max kriegst Damage, ne? Max kriegst Damage. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Den, den mach ich. Nein, mach ich doch nicht. No. Jetzt pass auf. Runens. Runens. Scheiße. Warte. Das darf nicht, ja. Oh. Du bist. Boah, fand ich, der wird. Oh, der wird super gedodged. Oh, Alter, mach ich. Ne, 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 Alter, Alter, Alter. Alter, mein Gift. Genau, nimm du. Ach, bin ich doof? Hast du zu dem, Bluboff, oder was? Die machen einen Dragon. Ja, nimm ihn, ja. Ja, können wir nix gegen machen. Ne, ne, ach, da können wir nicht doof, äh, dodging, wie gesagt, fighten. Ach, ich geh nicht unten. Wieso können wir das nicht? Weil die den eh schon haben. Ne, müsste angezeigt werden. Ne, ne, er ist noch da. Ne, die machen den nicht. Aber Ash ist weg. Die machen Ash auch, oder? Ne, da ist, Achtung, hier, kommt einer. Ja, und Ash ist unten. Warte, ich komme auch noch dazu. Oh, 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 warte, ich... Ja, Brent, der Vorsitzende, dich werden sie nehmen. Ja. Dodgen, du weißt doch, das Blitz... Dodgen, ich mach's doch 20 Mal vor. Wieso dodgst du nicht? Das ist doch so easy zu sehen. Ja, dann kommt doch, Leute. Mensch, Echo ist fast tot. Ich bin im Anmarsch. Jetzt kann natürlich der Rest, ja. Da spielst du Basketball. Ne, diese bouncing Eier, Alter. Äh, David, das sind noch ein bisschen viele. Guck mal, selbst das kann ich noch dodgen. Weißt du, ist das denn so schwer zu sehen, wann er grabbt? Lauft, lauft, lauft. Ich bin schneller. Der Heizort, der Heizort. Hihi, ausweichen. Oh nein. Weg, 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 weg. Er hört dich nicht. Oh, Deffen, Leute. Ja, die Ulti war gar nicht so schlecht. Ja, gut. David. Blitz, Blitz. Geh doch auf Blitz, einer. Geh doch einer auf Blitz. Jetzt Brandt. Blitz, Eschi. Blitz, Eschi. Guck mal, Eschi, Eschi. Blitz, Blitz. Mach Ulti, mach Ulti. Nein, mach die jetzt. Blitz, Blitz, Blitz. Blitz, 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 Blitz. Blitz, 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 Blitz. Blitz, 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 Blitz. Wieso Weichel? Mein Ulti war nur einmal gesprungen dann. Ne, sind ja alle zusammen zurückgelaufen. Ich brauche mehr AP. Ich muss kurz warten. Unsere Toplane pusht übelst, Alter. Ja, das ist auch meine. Die minions haben... Vorhin heult er rum. Ja, aber die sind motiviert durch mich. Da sind sie, da sind sie. Klein. Kleine Afghanen. Achso, übrigens, wie sieht es mit Disconnects aus? Es ist 0.35 Uhr gleich. Ich glaube, ich habe einen um halb drei. Ich habe eigentlich zum Teil keine Disconnects. Okay, ich habe ein und noch was dann wahrscheinlich. Denke ich mal, ich war lange nicht mehr um diese Zeit. Komisch. Klingt komisch, ist aber auch noch. So, ich muss mehr Pilzen, aber sobald ich irgendwo Pilzen gebe, bin ich tot. Das ist deswegen, wenn einer schreit, nö, keine Pilze. Wo sind die Pilze? So, komm, wir müssen mal langsam mitteilen. So, hier ist eine kleine Mauer, ne? Echofield oben, Echofield oben. Er ist unten, alles gut. Und da ist er schon. Die wollen die Mitte einfach nicht aufgeben. Nee, nee. Boah, Scham! Weg! Vamos! Oh, ich bin weg. Komm, Echofield, bitte alles auf die Kunde rein. Neu, Faceless! Oh, geil, 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 geil. Ich muss weg. Dann geh doch, geh doch, geh doch! Nein, mach ich nicht. Ich bin weg und bleib stehen. Ey, gebt der mir echt keinen einzigen Kill. Hier können wir ihm echt die Eier lutschen. Wer fehlt? Ash, hier. Oh, Ash. Da kommt sie, von rechts. Alter, wie weit ich die Pilze jetzt werfen kann? Ja, ich habe einen Tower. Geil. Huch. Selber hoch. Alter, das Tempo. Das Tempo. Schuss, Schuss, Schuss. Ja, ich brauche jetzt unbedingt... Ja, wir sind noch 30 Sekunden tot, Jungs. Haut rein. Ja, ja. Wir sind dabei. Öh, lol. Ja, jetzt! Und jetzt Boots! Und, 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 nee, sie kommt wieder. Lol. Spasti. Jetzt weg. Weg, 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 weg. Nee, nee, nee. Lass das weg mit Minions. Minions und dann mit von einmal. Fünf Sekunden. Nein, nein. Ja, Lutz, jetzt. Ramos kommt. Ja, jetzt. Wie soll er kommen? Allein schafft er Angst. Mit Ari. So, weg, jetzt, jetzt weg. Ja, wenn einer stirbt, der einfach... Genau, lass ihn einfach... Lass ihn, es ist ein Opfer da für uns. Siehst du? Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Achso, Ado, du rennst uns. Nein, pff. Inge Charme. Wieso rennst du? Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Lass ihn, lass ihn. Oh, Mann. Lass ihn. Ich komme nicht weg. Also, mach ich, ja. Echo ist da. Tschüss, Chris. Kommt eine riesige Rolle, Alter. Ich hab versucht, euch zu retten mit der Ulti. Eine Frühlingsrolle. Wir mussten dich gehen lassen. Wir konnten dich nicht beschützen. So, jetzt fängt die den Kleinen da an, ey. Nee. So. Dort. Die gehen Botlane, die gehen Botlane. Komm, ne? Hey, oder Baron. Hm. Boah, Toplane, übelster Farm. Wenn sie klug wären, Baron, ja. Und die werden der... Ja, brauche gar nicht hingegen. Ja, die machen Baron. Ja, scheiß drauf, wir sind zu zweit. Wobei, ich geh mit. Geht irgendwer Toplane gleich? Ich bin 26 Sekunden lang tot. Hier, Timo, guck dir das an. Hey, was machen die? Das muss wieder. Na, Baron. Baron, immer noch. Siehst du? Ja. Wir brauchen endlich mal einen Rake. Wir gehen jetzt durch die Mitte durch, oder? Jo. Alter, Chris. Ganz im Ernst. Ja. Was soll der Scheiß? Ah, Esche macht Schaden. Ich muss gleich einmal zurück. Ich hab nichts. Einmal, einmal. Wo? So, ist was riskant. Was mit unserem Blue? Geht doch weg. Ja, ein Blue war fair nice. Wobei, nee, Ado braucht die. Nö, nimm dir, Mann. Okay, dann würde ich gerne. Ja, nimm. Ich hab jetzt zwar dort drauf, aber... Nö, alles gut. Ich auch. Weg, 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 weg. Ich renne ihm entgegen. Weil die mit... Oh, lol, die mit ist am Arsch. Wir müssen nur die Dodds immer drauf ballern. Ja, nur die Dodds drauf ballern. Und nicht rammen lassen. Ah, okay. Wie können die mich in sind wegbursten? Mit Damage. So, dodge mal den Schaden. Oh, sehr schön. Wieso trifft das nicht Ari, eh? Wieso? Ari hat es noch nicht gehofft. Boah, 47 Sekunden lang tot, Alter. Und... Wie weit die werfen auf... Ist ja übrigens irgendwie mal gut, wenn wir mal irgendwann den ersten Weg kriegen würden. Ja. Oh, mir fehlt 100 Gold. Ich geh mal unten. Ja, die machen schon wieder einen Weg. Das ist der fünfte übrigens. Danach haben wir verloren. Nein. 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 Ach, shit. Ja. So. 2000 Gold, jetzt hab ich... Ja, jetzt nicht. Na gut, die porten jetzt. Echo kommt top. Mhm. Ja, ich komm mit. So, jetzt hab ich Hextech. Jetzt fehlt mir nur noch Morellos für Abklingzeit. Wobei, ich bohle nicht. Statt Morellos. Können wir nicht trappen? Geht der bis auf so ein Tor? Ja, oh, 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 ja. Warte, ich komm von vor. Ah, Sven ist auch da. Nee, geht rein, geht rein, geht heim. Macht Ulti auf ihn, ne? Malza und so. Und dann... Ich hab kein Ulti. Malza Ulti. Und dann weglassen. Easy. Alle haben Kühlkrieg, die gesagt haben, es ist... Sehr schön. So, dann geh ich mal mit, ein bisschen wieder backpushen. Ashy Spotlane, okay. Eigentlich müssen wir die Ashy rauskriegen. Warte. Und der Mensch... Ja, die Ashy würde ich rauskriegen. Allerdings muss ich sie immer Solo kriegen und Flash, weil die haben. Da ist nämlich Blitz. Ashy ist unten. Ja, ja, Blitz auch. Das ist ja mehr das Schlimme. Das Blitz unten auch ist... Ari kommt runter, Ari kommt runter. Oh. Was zu beweisen wäre. Hallo. Nein. Warum? Erstmal Brand, Punkt 1. Warum das ist... Ich weiß nicht, ob man vergisst, dass es immer noch ein Blitz ist. Und jederzeit, jederzeit irgendwo ein perfekter Bull kommt. Ich verstehe das. Ich verstehe es wirklich nicht. Warum? So wie jetzt. Wenn jederzeit grabben, dann gehe ich halt nicht so aggressiv. Pils. Die sind so tanky. Wer möchte aufgeben hier? Wer war das? Das war ich. Ich mach mal ja. Für dich. 2, 3, 4. Nett von mir. Wir uns lohnen wir. So. Aber unten sind keine Minions. Das ist günstig. Jetzt kommen aber welche. Jawohl. Du hast kein Item für Worts aufgelabelt. Schnell. Schnell. Nö. Sch. Sch. Äh. Dadadidi. Dadada. Morellos. Abklingzeit. Ich muss mal Abklingzeit. 35%. Nee, ist Bullshit. Mehr brauche ich nicht. Ich verkaufe ich. Ich verkaufe das eine Item dafür. Ich verkaufe das eine Item mit der dafür. Hm. Ich darf unten kurz Bot. So, ich möchte kurz Sonjas. So, ich komme mal Mitte wieder. Die wollen da einfach nur in die Mitte holen. Naja, Blitzkein. Komm, Grab. Komm, Grab. Ah, nee, nee, nee. ULTI! Jetzt! Oh, geil. Sehr schön. Echo ist raus. Nicht. Ne, können wir nicht. Hier, aber Erschi. Die lebt nochmal gleich. Nein! Schnell! Oh! Oh, sein Ulti. Sein Ulti. Sein Ulti. Ne, ne, ne. Der hat wieder sein Ulti. Oder war das sein Ulti? Ne. Ne, sein Ulti hat er schon verwendet. Achso. Hab ich zu spät. Dann hab ich verkackt. Entschuldigung. So bin ich Lebensreck. Das ist total Bullshit. Hm. Jetzt hab ich Morellos. Verkaufe ich Morellos für Rabaddons oder Ludens? Ah, André. Meist nicht? Nee. Das ist ne schwierige Sache. Da wird's Blubafone und... Ich könnte die Schuhe verkaufen. Ich bin eh schnell genug. Ach, ich bin... Ach, ich bin viel zu schnell. Leute, hilf unten. Ich schaff dir Minions nicht. Brauchen wir. Ich brauch sowieso nur ein bisschen... Minions. Ein bisschen Gold und dann war's das schon. So. Dann hab ich nämlich schon gleich Rabaddons. Und lass das Zimmer auch noch mal ein bisschen mehr mit ihm hier. Ja, ich hab auch gleich... So, ich mach hier schon mal gleich ne Wall. So Rabaddons. Jetzt machen die Pilze. Ja. Mein Blendschuss. Ja. Und ich bräuchte noch Flucht des Lichts. Genau, Flucht des Lichts. Die wollen Bevin. Oder die machen schon. Die machen. Das können wir eh nicht verhindern. Nö, nö. So. Naja. Hätte man... noch gehen können. Ich werde die Gegend ausspielen. Ich werde die Gegend ausspielen. Ich werde die Gegend ausspielen. Nö. Da haben sie'n. Ja, aber das wäre möglich gewesen. Die sind da im Busch da oben. Ja. Ja. Drake in 30 Sekunden. Ja. Ja, den werden die sich auch holen. Und dann ist Ende. Ah, der Fight entscheidet. Oh, oh. Äh, da kommt gleich ein Grab von... Gut. Äh, Malta? Ach, du devst unten. Ich hab keine Mana. Nee, du devst... Nee, alles Gute. Du devst die auch unten. Naja, hat keinen Sinn. Brauchen wir gar nicht so... Oh, lol. Schade. Äh, dev Mitte und so. Ja. Ich kann nix machen. Nee, die sind jetzt... Oh, Rem. Nee, ich mach unten oder nee? Du machst... Ah, da ist Orianna. Ja, Orianna. Shit. Dachte, der könnte smiten. Jojo. Nix mal. Ich muss weg. Ich muss einmal kurz runter, hier zum Turm. hab ich gesagt durch. Hoppla. Einmal nach Hause. Nach Hause. Was wollte ich holen? Vergessen. Scheiß drauf. Was? Ah. Hast du Zonyas, Ado? Nö. Na so. Das wird hier nen Scheiß rum. Ah, stirbt Echo, stirbt Echo. Stirb Echo, stirbt Echo. Stirb Echo. Auf Ari. Hm. Gute. Wobei. Schneid'n wir raus, das Spiel. Tschuu. Tschüss